Er geht so um wie ein Profi. Mit wenigen gemübten Handgriffen ist die Hibbeersauce in den Creme eingeschlagen. Und die Leibspeise der Bretonen kann für die Gäste aufgehübsch werden. Aber noch hoffentlich nicht mit Wackelmus. Ja, sieht das aus wie ein Hasenschutz. Aber das sind ganz tolle Zartbitterschokoladen. Kaviakubbeln. Okay. Ah. Krap. Alla. Nett. Krap. 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 Annetz. Hier in einer Darstellung mit Schoko, Kaviar und Ingersauce. Krap. Gebt dem Optik. Genau, richtig. Die kommen doch nicht dran. Wie ist das? Also es war für mich schon so noch zwei Würfeln zu viel. Ja, es ist halt eine Mehlspeise. Vor allem wenn man bedenkt, wie viel Speisestärke und Mehl... Fertig, Wanda. Hm? Fertig? Oder nee? Hm? Ja, was denn?